Daten sind für mich überall und nicht nur an einem Ort geografisch gebunden. Und mithilfe von Daten kann ich Entwicklung erkennen, Phänomene verstehen und auch Handlungsempfehlungen ableiten. Ich bin Mina Seize und ich arbeite als Data Analyst bei Idealo, Europas größter Preisvergleichsplattform und eine der führenden E-Commerce-Webseiten Deutschlands. Am Ende des Tages bin ich jemand, der Daten verwertbar macht, damit andere Menschen sie nutzen können, um Entscheidungen zu treffen. Ich entwickle gemeinsam mit meinem Team Datenprodukte für unsere Markenpartner. Wir möchten Marken helfen, zu verstehen, wer ihre Zielgruppen sind, damit sie am Ende bessere Entscheidungen treffen können. Women in Data ist eine internationale Organisation mit mehr als 12.500 Mitgliedern. Unsere Mission ist es, die Diversität in den neuen Datenberufen und der künstlichen Intelligenz zu fördern. Das Axel Springer Youth Council ist ein Beirat bestehend aus Personen, die unter 30 Jahre alt sind und die Stimme unserer Generation sein möchte. Hinter den Kulissen diskutieren wir mit dem Vorstand rund zu Themen um Innovation, Strategie und Kultur. Meine Herzensthemen sind die Digitalisierung als auch die Diversität. Bei der Digitalisierung stellt sich die Frage, wie wir diese gerecht gestalten. Und die Diversität ist für uns als Medienhaus auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe früh gelernt, dass man bei einem Misserfolg wieder aufsteht und weitermacht und zwar die sogenannte Resilienz. Und das ist etwas, was immer ein Teil von mir gewesen ist, da ich jemand bin, der Herausforderungen gegenüber nicht abgeschreckt ist. Und das ist etwas, was immer ein Teil von mir gewesen ist. Untertitelung des ZDF, 2020